Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal und viele von euch haben gefragt, ja was ist denn eigentlich mit den OG-Coins? Schaffen auch die noch 10x vom jetzigen Stand aus und ja, ich kann mir nicht entscheiden, sollte ich die jetzt noch swapen, war das ein Fehler die zu hoddeln oder soll man die jetzt doch durchhoddeln und was geht denn da noch, was ist denn da noch möglich? Wir wollen uns dementsprechend mal genau diese Projekte jetzt anschauen, dazu gehören natürlich wie üblich ADA, Ethereum, Dot, QNT, IOTA, LINK und so weiter und so fort, seht ihr wahrscheinlich auch im Thumbnail und ich würde sagen, die LINK geht los. So, gehen wir rüber in den Split-Screen, fangen wir in dem Fall an mit ADA, tut mir natürlich leid, falls ich vielleicht den ein oder anderen OG-Coin aus eurer Sicht und so weiter vergesse, das sind jetzt natürlich die, in die ich selber investiert bin oder mal investiert habe und die natürlich jetzt hier noch in der Chart-Analyse sitzen. Angefangen mit ADA, ADA habe ich immer noch Restbestände im Portfolio, also ich habe ihn nicht geswappt, genau nehme mir die Frage mal vorweg, weil viele gesagt haben, ja soll ich das jetzt noch swapen, geht bei anderen Projekten mehr, im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden, die Marktkapitalisierung ist natürlich relativ hoch, also bei allen Projekten natürlich aus dem Bereich und natürlich ist in neuartigeren Projekten Low-Caps mehr drin, es ist aber natürlich auch risikoreicher, man muss dann selber entscheiden, was man da fahren möchte und auch die OG-Coins werden natürlich nicht sonderlich stark, aber auch die haben jetzt ja gepumpt, sprich meiner Meinung nach ist es jetzt ein bisschen zu spät, also jetzt würde ich, ja, jetzt würde ich es auch durchhoddeln, beziehungsweise ich mache es auch, also für mich hat man den Zeitpunkt verpasst, so ansonsten hätte ich natürlich entsprechend, sei das ADA, XRP, IOTA, Quant, was auch immer, logischerweise Innenprojekte wie AKT, Kudos, Render, Tau, irgendwas aus dem AI-Bereich oder RWA-Bereich etc. gepackt, aber auch, ja, Tau, Render und so, die haben ja jetzt alle in 10, teilweise 20, X jetzt schon gemacht, auch die stehen ja jetzt schon verhältnismäßig hoch, sprich jetzt kann man auch durchhoddeln, also ich swappe nicht mehr, ich hoddle die durch, haben natürlich auch den Vorteil, dass sie jetzt noch steuerfrei sind, sprich man würde natürlich auch die Steuerfreiheit dann wieder aufgeben, wenn man jetzt noch einen Swap durchführt und wenn man sie schon länger im Portfolio hat, dann kann man natürlich jederzeit, sofern dann doch irgendwann der Wunschpreis erreicht ist, die natürlich ganz einfach verkaufen, muss sich keine Sorgen um die Steuern machen, aber im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden, wenn jemand irgendwo ein geiles Projekt findet und er hat keine Kohle locker, warum sollte man dann nicht, zumindest ein Teil, vielleicht auch von ADA, XRP, was auch immer, swappen, na, das muss jeder für sich selber entscheiden, ich hoddle die jetzt auf jeden Fall durch, das ist meine Meinung dazu und ja, wir schauen natürlich, wie viel prozentual da noch möglich ist, das heißt, wenn wir natürlich vom C-Crash-Low bis zum All-Time-High, bis zum jetzigen Low gehen, wie viel da nach Chart-Analyse noch möglich ist und ob wir da tatsächlich den einen oder anderen haben, wo immer noch 1000% knappes 10x drin sind. Ja, das sind auf jeden Fall für mich die C-Level für ADA, 5,30 bis 6,50 ungefähr, sprich vom jetzigen Stand aus, ja, sind da immer noch gut 1000% drin, also 800 bis knapp 1000% sind meiner Meinung nach vom jetzigen Stand aus bei ADA noch drin und ADA ist letztendlich auch aktuell in unserem Kaufbereich, sprich, könnte auf jeden Fall nach wie vor ein attraktives Level sein, wir haben aber hier schon gesagt, wenn er das natürlich ein zweites oder ein drittes Mal anläuft, rasselt der wahrscheinlich durch, na, also müssen wir auf jeden Fall mal beobachten, dass wir da gegebenenfalls einen neuen Einstieg bekommen, aber ansonsten, ihr wisst auch, alle entsprechenden Trades tätigen wir über CoinEx, falls ihr dort noch nicht seid, Link dazu oben in der Videobeschreibung. Übrigens, im letzten Video haben wir ja gesagt, gab es da den Gewinner für die El Salvador-Reise, das war ebenfalls einer aus meiner Community, die, der hat sich noch nicht gemeldet in dem Fall und man hat nur 7 Tage Zeit, dass man da die Form für ausfüllt, damit man auch Bescheid weiß oder damit CoinEx entsprechend auch Bescheid weiß, dementsprechend checkt auf jeden Fall alle nochmal eure E-Mails, ob ihr unter den Gewinnern seid und ja, dass ihr das auf gar keinen Fall verpasst hier in dem Sinne, das wäre sehr ärgerlich, aber ansonsten, Link zu CoinEx in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Das auf jeden Fall erstmal zu ADA, also sind immer noch gut 1000%, wenn auch knapp, das ist für mich die absolute Spitze, also so 800 bis 1000%, ist schon sehr krass, dass ADA wirklich so hoch kommen könnte. Viele sagen natürlich auch easy 10 Dollar, aber wie, warum? Also da sind einfach momentan andere Projekte stärker, meiner Meinung nach, ADA ist auch kurz davor aus der Top 10, eher rauszurutschen, als dass sie langfristig drinbleiben, von daher, ich sehe das schon als sehr hoch gesetztes Ziel. Also es ist natürlich keine Garantie, dass sämtliche OG-Coins auch ihr All-Time-High wieder erreichen werden. Wenn der Bullrun der Vergeltung kommt, dann zieht alles natürlich irgendwo mit, aber ja, ich denke, das ist schon, das ist nicht konservativ geschätzt, das ist schon sehr gut geschätzt und das wäre definitiv auf dem Bereich, wo ich alle meine Ader abstoßen werde, die ich noch im Portfolio habe. Gut, machen wir weiter mit AVEX. AVEX gehört ebenfalls dazu, bin ich nicht mehr investiert. Also das war einer der wenigen Projekte, wo ich wirklich einen sehr guten Ausstieg, fast den perfekten, geschafft habe. Ich hatte hier unten bei 12 Dollar gekauft, der Tiefpunkt war, glaube ich, 10,35 oder so, genau. 12 Dollar hatte ich gekauft und ich hatte den oben bei 144 verkauft, also fast genau das All-Time-High getroffen. Also auch nicht komplett, hier hatte ich auch schon verkauft in den Ziel-Leveln bei 133, aber den Restbestand hatte ich tatsächlich dann bei 144 abgeschmissen und dann kam auch der Fall. Und ich bin auch nicht wieder eingestiegen, also ich bin aktuell nicht mehr in AVEX investiert. Trotzdem natürlich Glückwunsch und schöne Rendite für alle, die sich getraut haben und hier unten bei 8, 9 Dollar eingekauft haben. Auch die sitzen jetzt natürlich auf einem schönen Profit. Und den schätze ich vom Ziel-Level her ein, oben bei 244 bis knapp 300 Dollar. Ja, sprich, das ist so einer von denen, die machen meiner Meinung nach keine 10x mehr vom jetzigen Stand aus. Vom Boden natürlich grundsätzlich das gesamte X-Potenzial rechnet man natürlich von absolutem Bottom bis absoluter Spitze. Da insgesamt logischerweise ja, aber generell vom jetzigen Stand aus, ich glaube nicht, dass AVEX irgendwo in Richtung 460 Dollar geht. Streiten sich die Geister, aber ich halte mich da fest an die Chart-Analyse und da muss er natürlich erstmal hin. Dann können wir weiterschauen, ne? Wie natürlich auch der Zyklus ausfällt. Wenn es nochmal so in Richtung Doppeltop, auch bei vielleicht Altcoins und so weiter geht, ja klar, dann kann das natürlich auch so laufen, dass er hier runterkommt und dann mit der nächsten Bewegung rüberkrakkelt. Aber das wissen wir jetzt noch nicht, dementsprechend heißt es abwarten. Ich sehe den erstmal nicht höher als diesen Bereich. Gut, dann machen wir einen guten Sprung. Dogecoin oder sowas möchte ich jetzt nicht analysieren. Dot, ja, Dot auch aktuell im Kaufbereich auf jeden Fall. Der ist wirklich sehr, sehr stark abgestürzt bis 3,60 Dollar runter. Freut mich auf jeden Fall, dass er zurückkommt, weil auch bei Dot habe ich noch einen Restbestand im Portfolio. Und wenn wir da mal nach oben schauen, sprich die C-Level haben wir hier bei 89 bis 109 Dollar. Bei Dot kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch richtig krass was zurückkommt. Also die Weiterentwicklung vom Projekt gefällt mir nach wie vor sehr gut. Trotzdem kaufe ich hier nicht nach. Ich finde, wie gesagt, andere Projekte interessanter. Das war nach wie vor auch die richtige Entscheidung, natürlich mehr auf den AI-Sektor und den RWA-Sektor etc. zu setzen. Aber dennoch, meinen Restbestand hoddle ich durch. Die liegen auch nach wie vor seit über 3 Jahren alle im Staking mit immer noch einer sehr, sehr guten Rendite. Das heißt, durch Dot generiere ich tatsächlich ein sehr, sehr gutes passives Einkommen nach wie vor. Und mein Bestand hat sich dadurch dennoch sehr, sehr gut erhöht. Und vom jetzigen Stand aus sind auch meiner Meinung nach über 1000% drin. Sprich, gut 1100% sind das bis oben zur Spitze. Sieht also für Dot auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Das ist so einer der OG-Coins, wo meiner Meinung nach noch mit am meisten geht. Ja, das auf jeden Fall zu Dot. Auch die haben ja mal die Top 10 angegriffen. Da ist ganz schön was verloren gegangen. Wo sind sie mittlerweile überhaupt hin? Da, Platz 14. Und zur Top 10, ja, fehlt ja mal locker eben eine Verdopplung. Also von daher, da muss schon einiges passieren auf jeden Fall. Aber trotzdem schätze ich Dot so ein. Gut, Ethereum. Ethereum, ja, können wir relativ kurz machen. Ich sehe ihn auf jeden Fall bei 10.000 Dollar, dass er das diesmal knackt, dass er fünfstellig wird. Viele haben auch schon wieder gesagt, ja, easy 20.000, 30.000 oder Höhen von Bitcoin oder sowas zu erreichen. Sehe ich erstmal noch nicht. Das ist natürlich vom jetzigen Stand aus her nicht mehr viel. Aber ein Invest in Ethereum ist ohnehin nicht unbedingt das Rendite-Investment. Sprich, dass da noch gut 200% sind. Okay, vom jetzigen Stand aus her. Mehr glaube ich aber erstmal nicht. Und auch hier, selbes Szenario. Das soll er erstmal machen und dann mal schauen, wie der sich verhält. Ob da so eine Bewegung dann tatsächlich noch kommt. Also das auf jeden Fall kurz und knackig zu Ethereum. IOTA, ja, das ist so das übliche Sorgenkind. IOTA ist Hassliebe, wie bei sehr, sehr vielen auf jeden Fall. Und nach Chartanalyse. Das ist aber so einer der Projekte, wo man sich eigentlich nicht wirklich an eine Chartanalyse halten kann, weil er immer das Gegenteil von dem tatsächlich macht. Aber in der letzten Zeit läuft es tatsächlich gut. Er hat sehr gut aus unseren Bereichen reagiert. Und hier den Bereich, da wo er charttechnisch tot gewesen wäre, wenn der unterschritten worden wäre, genau da hat er mehrfach, wenn auch schwierig, rausreagiert und sich jetzt zumindest wacker gehalten. Also hier drunter wäre er charttechnisch tot gewesen. Letzte Chance gehabt, sich zu retten. Und hier baut er sich zumindest, stand jetzt, wirklich vernünftig auf. Das ist ein vernünftiger, bullischer Aufbau, wenn er auch relativ harmlos und spät kommt für IOTA. Aber das sieht erstmal nicht verkehrt aus. Sprich, auch da haben wir aktuell die Ziellevel drin. Das ist aber, wie gesagt, bei IOTA nichts, worauf ich wetten würde oder worauf ich traden würde oder wo ich nochmal mit einsteigen würde. Das ist in dem Fall von jetzigem Stand noch eine ganze Menge, 1400 bis 1800 Prozent. Aber auch damit würde IOTA nicht das Alltime High schlagen und das glaube ich auch nicht. Also ich denke nicht, dass IOTA diesen Run schafft, das Alltime High zu schlagen, genau wie beim letzten Mal. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir das vorherige High schlagen, dementsprechend gut drüber kommen. Und ja, dürfte auf jeden Fall noch was drin sein für IOTA aus rein charttechnischer Sicht. Aber das ist, wie aus besagten Gründen, einfach mal eins der Projekte, wo ich dennoch nicht reingehe. Link hat natürlich schon ordentlich Gas gegeben, sprich vom jetzigen Stand aus wird es natürlich ein bisschen dünner mit der Luft. Aber ich sehe Link ebenfalls bei über 100 Dollar, sprich 86 bis 105 Dollar. Das sind vom jetzigen Stand aus her natürlich nicht mehr ganz so viel. Da sprechen wir von, ja, Spitze 520 Prozent jetzt noch. Haben auch viele gesagt, ja, easy, easy 200, 300, 500 Dollar Link oder gar 1000 Dollar Link. Deswegen, dass der irgendwann auf 1000 Dollar klettert, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch mal so ein Video dazu gemacht, wo wir das mal ausgerechnet haben, wenn Link so und so viel Prozent auch von der weltweiten Tokenisierung abbekommt und sowas. Aber ja, wir halten uns erstmal an das, was wir sehen. Und das, was wir sehen, sind aktuell definitiv keine 1000 Dollar bei Link. Und insbesondere da jetzt natürlich schon im Vorfeld gepumpt hat, sprich, wenn der auf 80 bis 100 Dollar kommt, dann ist das erstmal schon ein richtig guter Bestand. Und da werde ich auch definitiv gut an Link verkaufen. Dann habe ich eine extrem hohe Summe mit einem einzigen Altcoin hier gemacht, weil ich sehr, sehr viel Link in dieser Phase einfach akkumuliert habe zu sehr günstigen Preisen. Und dementsprechend damit bin ich auch vollkommen zufrieden. Ja, also wenn er das erreicht, das sind ja letztendlich vom Bottom aus über 20x, also das ist vernünftig. Das ist absolut vernünftig und so schätze ich Link auch erstmal ein. Gut, Litecoin können wir ebenfalls kurz und knapp machen. Ist einfach nicht viel. Das ist eine sehr, sehr schwache Performance und ich denke auch nicht, dass Litecoin es diesen Run schafft, die 1000 Dollar zu knacken. Haben viele prediktet, dass das im letzten Run schon macht. Hat auch nicht ansatzweise funktioniert. Und auch hier dieses Mal denke ich, dass bei 680 bis 824 Dollar Schluss ist. Na, also im Optimal Case, im Best Case in Richtung 800, 700 Prozent noch vielleicht mal. Aber das war es dann auch für Litecoin. Habe ich ebenfalls nicht mehr im Portfolio. Gut, Matic. Ja, definitiv das Layer 2 OG Projekt hier. Und auch da denke ich nicht, dass es noch extrem prozentual wird vom jetzigen Stand aus. Das All-Time-High wird meiner Meinung nach geschlagen, auch deutlich. Aber wir sehen hier in dem Fall die Spitze bei 5 Dollar bis 6,13 Dollar ungefähr. Und das wären vom jetzigen Stand, halte ich, keine 1000 Prozent mehr in Richtung 400 bis knapp 600 Prozent. Noch für Matic, ja, da haben auch schon viele gesagt, easy 10 Dollar im Bullrun. Aber ich lasse da mal gerne die Kirche im Dorf. Wir halten uns erstmal an die Chartanalyse. Das, was er uns sagt. Wenn der Bereich jetzt hier erstmal erreicht ist, dann kann man immer noch weiter gucken. Über extendiert er, kommt da erstmal die Korrektur und dann zieht er nochmal drüber. Ähnlich wie wir das vorhin eingezeichnet hatten. Aber ja, das müssen wir natürlich erstmal abwarten. Von daher, erstmal sehe ich Matic nicht so hoch. Gut, dann kommen wir zu QNT. Ja, der charttechnisch auch einfach seit langem jetzt nichts mehr Nennenswertes macht hier in dem Sinne. Und auch da schätze ich keine 1000 Prozent aufwärts mal ein. Ich denke, die Spitze wird auch hier bei knapp unter 1000 Dollar gesegnet werden. 736 bis 900 Dollar sehe ich den. Und dementsprechend vom jetzigen Stand aus her sind da noch 500 bis 660 Prozent ungefähr drin. Mehr sehe ich bei QNT erstmal nicht. So, weiter mit Solana. Und Solana sehe ich das auch nicht. Natürlich, weil aufgrund dessen, dass sie einfach im Vorfeld schon so stark gestiegen ist. Aber ich schätze Solana nicht bei 1700 Dollar jetzt im Bullrun ein. Man soll niemals nie sagen, das ist ein richtig krasses Projekt, wie es sich natürlich jetzt auch weiterhin entwickelt hat. Und ja, dass es in Richtung Market Cap Ethereum kommt, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber auch das wäre ja deutlich weniger als ein 10X. Von daher, dass es so in Richtung 1000 Dollar geht okay. Aber auch hier soll er erstmal diese Ziellevel hier abarbeiten. Also 430 bis 520 Dollar für Solana und dann ist auch erstmal richtig was geschafft. Also da muss man schon sagen, was das dann für eine Marktkapitalisierung ist. Wenn vom jetzigen Stand aus natürlich nochmal knapp 200 Prozent gemacht werden, das ist natürlich schon richtig verrückt. Also dann wäre das definitiv schon mal mit riesem Abstand hier Platz 3 von der Marktkapitalisierung. Und das muss natürlich auch einfach erstmal geschehen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Solana deutlich drüber schießt. Aber erstmal halten wir uns an das, was wir sehen. Und das sieht für Solana tatsächlich so aus. So, dann haben wir noch drei. Und zwar VeChain, XLM und XRP. VeChain ist einer von denen, wo ich prozentual noch richtig viel einschätze. Das ist einer der OG-Coins, die meiner Meinung nach am krassesten noch zurückkommen werden. Also von den OG-Coins, die die beste Performance liefern können. Sprich, VeChain haben wir von jetzigen Stand aus her auch noch über 1000 Prozent, 1100 Prozent. Zur Spitze vom jetzigen Stand aus, vom Boden her waren es natürlich über 2000 Prozent. Also da hat man auf jeden Fall gut was mitnehmen können. Aktuell VeChain ja auch gut im, ups, mit unseren letzten Einstiegen sehr, sehr gut im Plus. Das ist einer der stärksten charttechnischen Aufbaue, würde ich gerade sagen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hier raus die Reaktion, da raus die Reaktion, da raus die Reaktion, hier raus die Reaktion. Also wirklich einen sehr, sehr schönen bullischen Aufbau. Immer wieder die nahezu perfekte Korrektur gemacht, um raus zu reagieren. Ja, das ist natürlich eine Bewegung, die ich mir beim Bitcoin eigentlich auch einfach vorgestellt hätte. Also wenn so der Bitcoin gelaufen wäre, dann wäre das ein absoluter Traum. Na hochgekommen, Korrektur gemacht, haben wir wieder einen Stieg gefunden, hochgekommen, Korrektur gemacht, wieder einen Stieg gefunden, hier und zack weiter. Das wäre die optimale Bewegung für den Bitcoin. Also so den VeChain-Chart auf dem Bitcoin-Chart zu projizieren, das wäre ein Traum gewesen. Aber gut, und deswegen stellt sich VeChain auch mit am stärksten ein, weil immer so fern die Korrektur kommt, hat er perfekt und auch sehr früh, direkt am 50er von der Korrektur reagiert. Das heißt, Kaufinteresse ist nach wie vor sehr enorm bei dem Projekt. Und immer sobald die entsprechende Korrektur kommt, kommt auch frühzeitig schnell wieder die Gegenreaktion. Ja, erstmal sehen, sollen wir hier bei 6 bis 7 Cent auf jeden Fall landen, aber langfristig sehe ich VeChain deutlich das All-Time-Height schlagen, nämlich wie wir es gerade gesehen haben, noch bei 46 bis 57 Cent. Ja, da ist meiner Meinung nach auf jeden Fall noch das 10x drin bei den OG-Coins. Und dann gehen wir auch weiter rüber zu XLM. Ja, das ist ebenfalls ein Projekt, also VeChain habe ich auf jeden Fall noch im Portfolio und XLM habe ich nicht drin. Auch da geht rein charttechnisch natürlich noch eine ganze Menge, sprich auch das sind noch über 1000% knapp zur Spitze vom jetzigen Stand aus. Aber der Aufbau ist natürlich ein ganz anderer. Es gab einmal die Reaktion und ansonsten hat er sich hier Ewigkeiten in der Range aufgehalten, teilweise auch mal überkorrigiert und so weiter. Und da kommt irgendwie gerade noch nicht viel und er läuft eigentlich so ein bisschen zyklisch mit XRP zusammen, sprich als hier natürlich das 11-Eil-Verfahren mit der Klage kam. Zack, hat auch XLM die Rakete gemacht und ja, das ist einfach definitiv eine Underperformance, auf jeden Fall eine deutliche Underperformance des Projekts. Und ich glaube daher auch nicht, dass wir hier mit XLM überhaupt das All-Time-High noch schlagen werden, weil das Kaufinteresse, Projekt hin oder her, Technologie hin oder her, das Kaufinteresse ist einfach sehr gering bei XLM im Vergleich zu anderen Projekten. XRP, ja, das ist natürlich so mittlerweile Stablecoin. Ich habe ihn immer noch im Portfolio, ich habe ihn nicht geswappt. Es hat bisher noch niemand bereut, XRP zu swappen. Ich weiß, da steckt eine richtig krasse Sekte, auch eine Sekte hinter, sagen wir es einfach so, wo es ist. Wenn du was gegen XRP sagst, dann hast du direkt 300 Dislikes auf dem Video. Das ist völlig verrückt, aber ja, ich habe ebenfalls noch meinen Bestand. Ich habe ihn nicht verkauft, ich habe ihn nicht geswappt, ich hoddle das durch. Ich denke aber auch nicht, dass XRP, dass da die Überrendite drin sind. Ich denke, im Bullrun ist hier tatsächlich erstmal Schluss. In dem Sinne, sprich vom jetzigen Stand aus her, ist auch das nicht mehr so viel in Richtung 550%, was aber natürlich auch, ja, trotzdem viel ist. Denn viele haben natürlich über Jahre hinweg XRP akkumuliert. Und auch mein Bestand ist ja definitiv nicht verkehrt. Sprich, wenn hier wirklich 550% kommen und XRP in Richtung 3, 4 Dollar geht, ja, dann geht es mir mit meinem Bestand auch sehr gut. Und dann werde ich auch Profite ziehen, weil die sind alle längst steuerfrei. Okay, ja, das auf jeden Fall dazu, so die Einschätzung. Danach, wie gesagt, muss man natürlich schauen bei allen Projekten, wie fällt das natürlich aus, ja. Wenn die Level erreicht werden, zieht er deutlich drüber im Vorfeld schon, kommt da die Reaktion und dann die Korrektur und dann müssen wir weiterschauen oder ist dann da schon wieder der Bullrun vorbei und das war es dann. Also das sind natürlich alle Szenarien, die wir jetzt erstmal noch abwarten müssen. Wir halten uns genau aufgrund dessen an die Chartanalyse. Hat in der Vergangenheit und auch kurzfristig in den letzten Wochen immer sehr, sehr gut geklappt. Wir haben wieder eine sehr, sehr hohe Trefferquote im März gehabt und dementsprechend im April waren jetzt noch keine Trades, weil unsere Bereiche noch nicht angelaufen sind, beziehungsweise noch keine nennenswerten Reaktionen aus den Bereichen. Müssen wir abwarten. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Sind die Preisziele eigentlich alle viel, viel, viel zu konservativ? Geht da deutlich mehr? Oder sagt ihr, ja, die OG-Coins, es wird keiner von denen irgendwie das All-Time-High schlagen? Und wenn, was für Preisziele könnt ihr euch vorstellen? Schreibt mir das ja gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao!